Teil 22 Saftlos Sonntag, 16 Uhr Green kauerte hinterm Kugelrohr des Glasofens. Rechts von ihm war eine Vakuumpumpe, die seine Sicht leicht einschränkte. Er beobachtete Millers Tun fassungslos, zwang sich jedoch nicht einzuschreiten und blieb reglos in Deckung. Das gelang ihm nur mit rigider Energiekontrolle. Red hätte einfach transmäxken können, während dieser Typ mit seinen weiß gekleideten Händen an ihr rumfingerte, ohne Probleme, und der ganze Spuk wäre vorbei gewesen. Aber sie tat es nicht. Sie tat gar nichts. Seit Tagen fieberten sie diesem Moment entgegen, und doch war Green überhaupt nicht auf die konkrete Situation vorbereitet. Der Drang, Red aus den Fingern des Mannes zu zerren, wurde übermächtig. Aber die Aktion würde, außer neuen Schwierigkeiten, nichts bringen. Red schien keinen der Befehle, mit denen er sie lautlos bombardierte, zu empfangen. Die Wellen verpufften nutzlos im Raum. Langsam wurde ihm klar, was los war. Nur widerstrebend ließ er die Einsicht zu. Reds Energielevel musste auf Null sein. Komplett aufgebraucht. Sie konnte aus eigener Kraft nicht mehr transmäxken. Nicht nur das, sie konnte gar nichts mehr tun. Passive Materie. So ein Fehler unterlief nicht einmal einem blutigen Anfänger. Wie war das passiert? Wie war das Red, der mit allen Energien vertrauten, reaktionsschnellen Red, passiert? Lag es an der Erdatmosphäre? Konnte Blue und ihm das auch zustoßen? Was lief hier? Blue hatte, während Miller das Dossier las, sämtliche Saturn-Dateien gescannt. Sehr aufschlussreich und sehr beunruhigend. Als sie endlich fertig war, surfte sie alarmiert in Bordwins Büro und checkte Henrys Laptop. Schon an der Oberfläche stieß sie auf eine brisante Anweisung. Seit acht Tagen ließ Baldwin sein eigenes Büro, Lab 22 und Sue's Büro permanent spiegeln. Klang harmlos, war aber die Weisung für eine abteilungsinterne und inoffizielle Videoüberwachung rund um die Uhr. Blue tauchte zurück ins Netz. Sie musste den Speicherort finden und die verräterischen Aufnahmen zerstören. Sofort. Sie filterte den Datenfluss. Er zeigte ihr den Weg. Der hochgetunte Server war in einem Wandschrank untergebracht. Blue hatte ihre flatternde Energie wieder im Griff. und konzentrierte sich auf die eingehenden Bilddaten. Sue Roomies Büro war leer. Baldwins Büro war leer. Nur in Lab 22 regte sich etwas. Sie konnte nicht glauben, was die Bits ihr zeigten. Green vermasselte es gerade. Und wie! Der Feigling traute sich nicht aus seinem Versteck. Er könnte ohne Probleme Miller außer Gefecht setzen und mit Red abhauen. Dieser Depp! Schon war es zu spät. Der Safe verschlossen. Die Chance vertan. Unkontrollierte Energiekaskaden durchzuckten sie. Beinahe hätte sie eine Festplatte des Servers geschrottet. Das konnte doch nicht wahr sein. Sie waren doch kein Haufen Amateure, sondern Spezialisten. Sie würde Green ab jetzt keine Aktion mehr allein durchführen lassen. Ich habe alles live mitbekommen. Du hast es total versiebt. Warum hast du Blindgänger nicht eingegriffen? Blues Gedankenblitz traf den herannahenden Green mit voller Wucht. Hey, Vorsicht! Bündel dich besser! Ich hätte liebend gern interveniert. Wehrte er sich, blieb aber auf Distanz. Raus mit der Sprache! Warum? Blues zweite Botschaft traf Green schon mit weniger Wucht. Energetisches Versagen. Red hat kein Quäntchen Energie mehr. Du weißt, was das bedeutet. Das glaub ich nicht! Green schloss aus den chaotischen Gedankenwellen, dass sie sich noch nicht ganz im Griff hatte, und gab ruhig zurück. Irgendetwas hat ihre gesamte Energie absorbiert. Sonst hätte sie sich schon längst befreit. Sie kann so keine Energie mehr aufnehmen, oder? Können wir da überhaupt was tun? Kam es schon viel schwächer zurück. Ja, schon. Aber es ist ziemlich riskant. Wir müssen es perfekt planen. Was treibst du hier eigentlich? Treiben? Idiot! Wir haben eine Mikrokamera in Bordwins Büro übersehen. Uns hat sie allerdings nicht übersehen. Die Aufnahmen zeigen überirdische Lichtkaskaden in grün und blau. Details sind nicht zu erkennen. Dafür war das Licht zu grell. Ich lösche gerade die letzten Sequenzen. Gemeinsam vernichteten sie die gefährlichen Bits. Der Schnitt war gut, aber dem Überwachungsspielfilm fehlten zehn Minuten. Madison Sonntag, 16 Uhr Endlich räumte der Typ den Platz. Und Chrissy setzte sich notgedrungen vor die älteste Kiste im Medienraum. Windows 98 Das Ding war vorsintflutlich. Alles ging langsam. Viel zu langsam. Naja, besser als nichts. Sappelig klickte sie auf das Internet-Icon. Sofort wuselte ein kleiner gelber Dinosaurier über den Bildschirm und strampelte sich einen ab. Irgendein Task lastete die Kiste scheinbar vollkommen aus. Das konnte ja heiter werden. Zack hatte versucht, ein schnelleres Teil für sie zu organisieren. Aber keine Chance. Alle legal besetzt. Der Kerl war süß. Im Gegensatz zu Steve sogar mega süß. Ein Fenster poppte auf und riss sie aus ihrer Verzückung. Das Virenschutzprogramm teilte mit, dass die Zeit für einen Scan reif wäre. Auch das noch. Chrissy lehnte sich zurück, kippelte mit dem Stuhl und starrte verdrossen auf den Screen. Fünf Prozent. Zehn Prozent. Hoffentlich hatte Madison Zeit. Eigentlich wollte Chrissy sie nächste Woche in Oxford besuchen. Das hatten sie am Telefon ausgedealt. Drei Stunden hatten sie gelabert. Du bist anglophil, hatte Chrissys Vater hinterher zu ihr gesagt. Ist das der wissenschaftliche Begriff für Quasselstrippe? Hat es sie beleidigt nachgefragt. Es bedeutet, hatte Werner breitgrinsend erklärt, dass du britische Kultur und die dazugehörigen Menschen sehr schätzt. Die Liebe zu allem Englischen. Naja, das war sicher nicht die Basis ihrer Freundschaft. So ein Quatsch konnte nur ihrem Vater einfallen. Madison wäre ihre beste Freundin, auch wenn sie aus Aserbaidschan oder sonst woher käme. Da war sich Chrissys sicher. Die Mädchen kannten sich schon lange. Madisons Paar war Physiker, wie Chrissys Vater. Beide Wissenschaftler schleppten ihren Anhang seit Jahren zu diversen Symposien und Veranstaltungen mit. In Stockholm hatten sich ihre Wege zum ersten Mal gekreuzt. Endlich öffnete sich der Browser und Chrissys lockte sich ein. Madison war im Chatroom. Hey, ich warte schon ewig auf dich. Erst simmst du konfuses Zeug, arrangierst ein super dringendes Chatdate um 15 Uhr, keine Sekunde später, und dann tauchst du nicht auf. Was soll das? Sorry, kannst du sofort nach London kommen? Chris, ich bin in Schottland, Edinburgh. Beamen klappt leider noch nicht, aber mein Zug nach Hause geht heute Abend. Schottland? Ist ein Landesteil von Großbritannien. Schon mal was davon gehört? Bäh! Ist es was Dringendes? Japp! Unaufschiebbar? Absolut! Super! Endlich wieder was los! Dauert es länger? Soll ich gleich für ein paar Tage nach London kommen? Klar, ich weiß aber nicht, ob du bei den Shields pennen kannst. Meine Großeltern wohnen in der Innenstadt. Die haben immer ein Plätzchen für mich. Ich frag kurz. Warte. Chrissi fixierte den Screen. Endlich. Smiley Face. Geil, wo treffen wir uns? Morgen um 10. Im Café neben der Westminster Cathedral. Smiley Face, 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 drei Ausrufezeichen. Madison war einmalig. Sie stellte keine dummen Fragen. Sie kam einfach. Das MI6-Gebäude hatte Chrissi vorhin ganz schön eingeschüchtert. Jetzt ging es ihr eindeutig besser. Zu dritt würden sie das Ganze schon irgendwie hinkriegen. Betonung auf irgendwie. Time will tell, murmelte sie, wechselte zur Suchmaschine und gab andere Dimensionen ein. Es taten sich seitenweise links auf. Zielstrebig klickte sie sich durch den Wust und blieb bei einer Seite über die Physikerin Lisa Randall hängen. Lisa erzählte etwas über Multiversen, auch Paralleluniversen genannt. Die Frau war keine Science-Fiction-Autorin, sondern Prof in Harvard. Eine Berufskollegin von Paar. Meinte sie das ernst? Jemand packte Chrissi an der Schulter. Genervt fuhr sie herum. Aber es war nur Raymond. Tea-Time. Komm, wir müssen los. Das war Teil 22 von Scromax London. Die Suche. Alle Hörbuchteile zum freien Download auf Scromax.de Das war Teil 22 von Scromax London.